ja hallo für ein kurztieb zu den neuen funktionen in 20 22 das update vom oktober vom 26 oktober 2021 ja wie in den anderen programm als auch hier einige nahrungen und verbesserungen gegeben hier kein umfangreiches tutorial sondern nur schnell diese neuen funktionen gezeigt und da werden sie auch schon angezeigt ach dann hier inspiration festhalten terminologie freigabe textumbrüche und verbesserte performance ja das waren schon die wichtigsten funktionen in kürze werde ich dazu ein tutorial machen wo die ganzen funktionen erklären erklärt werden wie gesagt hier nur dieser schnelle einstieg in 10 22 22 und bis zum video von mir über die funktionen von indesign haarei